So, wir treffen uns heute wieder mal zum besonderen Event hier. Das kann ich von mir direkt vorm Balkon aus beobachten. Das hier im Park ist fest und da stehen schöne alte Traktoren. Und da gehen wir jetzt gleich mal runter und gucken uns die mal in aller Ruhe an. Letztes Mal hatte ich nichts damit gehabt, da wusste ich gleich noch eine Feuerfrau. Das war jetzt noch für ein Baujahr. Steht was? 37. Ach, das steht ja. Das ist kein Thema. Der Gruß hat Geld nicht gereicht. Der Leerlauf macht er aber nicht, gell? Hä? Ich sag den Leerlauf macht er nicht. Doch, doch, ich kann es labeln. Gut, danke. Gut, gleich. Er hat gut getan, ja. Der hat gut getan, ja. Der hat gut getan, ja. Ich denke, der hat einen anderen fertig, da kommst du hin. Das sieht immer so aus, als würde ich den vertrennen, weißt du. Gut, ja, ich weiß nicht. Das ist kein Problem. Das ist nicht wie ein Felsen mehr. So, das ist ein Felsen mehr. Ich bin du nicht vom Glück. Ja, ja. Und wie ihr das auch heute fällt gemacht, ja? So, komm. Und dann das dritte drüber. Und dann das dritte drüber zu fahren. Was? Was ist das? Das ist das kein Felsen mehr. Ich bin ja auch. Ja, nein, normal hat es ja wohl nicht so schnell, das ist unser Benzintrasch hier, das ist der Pumpen. Aber das ist ein bisschen umsetzen, sonst ist der Ängste. Ich sehe, das schmeckt jetzt. Gut, aber heiß genug ist es. War auch noch ein bisschen. Du siehst du auch noch, was das früher für ein Aufwand war, so Dinge zu machen, nur anzukriegen? Ja, raus ist aber einer ausgemacht und einmal angemacht wurde. Ein Logo. So, man guckt auch, ob ich kämpft. Ah, noch nicht. Kann ich den wegnehmen oder was? Nein, nein, halb ich mir noch drinnen. Ah, er will. Ein Hacksack. Ja. Ja. Ich bin nicht falsch, ich bin nicht falsch. Nein, ich habe meine Hände. Jetzt denke ich da. Jetzt schmeiße. Na, da drin. Ich denke, ich bin halt dran. Ja, da drin. Da wollen wir nicht. Der kämmt, da ist, kämmt er. Der kämmt, da ist, kämmt er. Der kämmt, da ist, kämmt er. Der 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 kämmt er.